So, willkommen zu einer neuen Folge Rambazamba auf meinem Kanal Ramses der Dicke und ich muss euch was erzählen, wenn wir heute in Czeb, ne, wer das nicht kennt, in der Tschechischen Republik, so eine kleine Dorfstadt, wie auch immer, keine Ahnung, und ich hatte keinen Ausweis dabei, hab ich gedacht, die ziehen mich raus an der Grenze, aber was ist passiert? Nichts! Nichts! Schreibt euch das mal hinter die Ohren, nichts ist passiert und eigentlich muss ich ein bisschen leise sein, es ist schon ziemlich spät, die Nachbarn schlafen bestimmt, aber wir werden nicht Ramses Rambazamba, wenn wir euch nicht die Ausbeute aus Czeb zeigen würden, wir sind nämlich nicht nur hingefahren zum Essen, wir haben auch was mitgebracht und wenn ihr jetzt bestellt, könnt ihr das auch haben, ich hab keine Ahnung, guckt mal hier zum Beispiel, was kriegt ihr denn alles, so einen schönen Orion Beutel, der ist schön schwarz und hört mal, der klimpert vor sich hin, da ist jetzt drin, ich kann ja mal das hier so auspacken, ich kann das mal hier oben so ein Stück aufmachen, dann kann ich mal die Kamera reinhalten und dann seht ihr, da sind Bomben drin, ihr habt richtig gehört, Bomben und nicht nur irgendwelche, ihr habt hier nämlich schon eine Bomba Sherry Energy, kennt ihr das? Bomba Sherry Energy, dann habt ihr hier noch die, keine Ahnung, Bomba Orange Energy, die ist natürlich orange, wie der Name schon sagt, ihr habt hier auch noch eine Bomba Mojito, 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 dieser komische Cocktail, die die Leute immer so gern feiern, ich natürlich nicht, dann habt ihr noch die Blue Energy, erkennt man an der blauen Farbe, ihr habt hier noch eine Classic Energy, also Energy Energy, würde der Volksmund jetzt dazu sagen, ihr habt noch eine Coconut Energy, sieht einfach aus wie so Spülmittel, könnt ihr mal probieren, schmeckt bestimmt genauso, und ihr habt die Pink Energy, extra für Frauen, kann man sich auch so unter die Arme, das kriegt ihr auf jeden Fall alles zum Preis von einem, hier so einen ganzen Beutel Bomben, und was haben wir noch? Wir haben noch in Chap, das muss ich euch zeigen, ich zeige euch erstmal, man fährt nach Chap, natürlich, wegen was? Wegen Pupsi und was will Pupsi? Pupsi wollte natürlich Cola, nicht nur irgendeine Cola, sie wollte hier, zack, einen ganzen Sack voll Vanille Cola, nicht die normale, die 1,75 Liter, wieso fährt man dafür nach Chap, weil hier in Deutschland gibt sie natürlich nur ohne Zucker, komischerweise überall wo ihr guckt, gibt es nur noch die zuckerfreien Varianten, aber jetzt haben wir hier natürlich mit Zucker in euer Gesicht 1,75 Liter eine Flasche, so ein ganzes Sixpack, und weil das nicht reicht, setzen wir noch einen drauf, heute gibt es nicht nur ein Sixpack, heute gibt es, guck, jetzt hätte ich es von der selben Seite nochmal hochheben müssen, das hättet ihr gar nicht gemerkt, gibt es auf jeden Fall jetzt 1,75 Liter mal 2 mal 6 mal 12, ich stelle mir auf jeden Fall alles hier hin, der Adi ist auch begeistert, der wuselt schon hier rum, und was es noch in Chap gibt, was ich auch hier nie gesehen habe, ist die beste Fanda der Welt, habt ihr die schon mal probiert, die beste Fanda der Welt, die ist wirklich die beste, weil da steht, das könnt ihr nicht lesen, und deswegen ist das so genial, ja, ihr wisst nämlich nicht mal, was drin ist, nennen sich einfach Fanda Show Kater, habt ihr auch schon mal einen Kater gehabt, schreibt es mal in die Kommentare, ihr habt ja auf jeden Fall eine Flasche, ihr habt hier zwei Flaschen, und wenn ihr jetzt bestellt, beziehungsweise wenn ihr nach Chap fahrt, dann nehmt ihr gleich noch, nehmt ihr gleich noch einen Sixpack Show Kater, also eine Mischung aus Kater und Schoko, nehmt ihr alles mit, auch mal hier rüber, ne, wunderbar, dann, das fand ich so richtig genial, Pupsi, die ist ja nicht auf den Kopf gefallen, ne, also zumindest nicht so oft, und deswegen, ach, wenn sie das wieder gehört hätte, hier, die ist zum Glück, Bad und Föhn gerade Haare, aber die hat schon den Föhn ausgemacht, hört alles, was ich sag, dann hat sie gesehen, hier gab's Pikachus, was denkt ihr, wie viel so ein Pikachus kostet, 15 Euro, das ist ja mal die Wucht, ne, aber Pupsi, die lässt sich nicht lumpen, die hat einfach gesagt, 15 Euro einer, nehm ich gleich zwei Stück, werden im Sinne Adam Riese, werden das 30 Euro, sie sagt, nö, mach mal für 10, ne, für 10 Euro zwei Pikachu, mal sagt die Verkäuferin, okay, nehm mit, zack, Tüte rein, fertig, zwei Pikachu für 10 Euro, die eigentlich 15 Euro pro Pikachu gekostet hätten, sprich, 30 Euro, aber Pupsi, eiskalt, einfach nur, was, 15? Nö, wollte weggehen, die Verkäuferin kommt hinterher und sagt, guck, kannst du dir hier, kannst du dir sogar an die Brille, kannst du, wenn du noch eins hast, kannst du dir hier hin, und da war Pupsi so begeistert und hat gesagt, nö, und dann hat die, verdammt, dann geht das nicht mehr ab, und dann hat die Verkäuferin, da war die so traurig, weil die hat bestimmt nur 1 Euro bezahlt für so ein Teil, will das für 15 verkaufen, und Pupsi sagt, ich gebe dir 5, dann hat die 4 plus gemacht, hat die Verkäuferin abgezogen, und das war richtig brutal, guckt euch die an, die sehen richtig komisch aus, die sind auf jeden Fall gefakt, aber egal, hier in die Tüte reingepackt, weil es so gut gefallen hat, hat Pupsi gesagt, Mensch, komm her, also das hat sie nicht gesagt, aber, sie hat gesagt, komm, wir gehen nochmal hin nach dem Essen, ich schwitze wie Sau, hat sie gesagt, nee, ich schwitze wie Sau, und dann ist sie nach dem Essen, hat sie gesagt, komm, gehen wir nochmal hin, wir holen nochmal Pikachus, da war die Frau nicht mehr da, da war plötzlich der Mann da, und der Mann hat gesagt, okay, mach mal, äh, 13 Euro für eins, versteht ihr? Die Frau hat gesagt, 15 Euro für eins, der Mann hat gesagt, 13 Euro für eins, Pupsi hat gesagt, vorhin habe ich 2 Stück für 10 bekommen, der Mann hat gesagt, nee, 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 Pupsi so, ciao, und der Mann, okay, 10, 10 für beide, und dann hat die die bekommen, ne, beziehungsweise ist es jetzt andersrum, wir haben nämlich erst, vielleicht fällt euch der Unterschied auf, wir haben nämlich erst die bekommen, die lachen sogar, die sind von der Frau, die haben gelacht, 2 Stück für 10 Euro, genau, statt 30 Euro, und der Mann, der hat nochmal die hinterher, die lachen dann schon nicht mehr, da war es auch schon spät abends, da kann einem das Lachen ja mal vergehen, habt ihr auch wieder hier mit Saugnäpfen, könnt ihr euch überall hinkleben, auch an die Stellen am Körper, die glatt sind, tun wir hier rein, in die Tüte, hier die 2 Traurigen, die kommen in eine Tüte alleine, die packen wir hier rüber an die Seite, dann habt ihr die 2, die sind fröhlich, die packen wir hier rein, die freuen sich so sehr, die waren nämlich mit den Duftbäumchen in einer Tüte, das heißt, die haben die ganze Zeit diesen Weihnachtszimt-Duft eingeatmet, deswegen haben die auch den Mund auf, ich glaube, die sind eh schon tot, dann, richtig genial, Pupsi, hier soll ein T-Shirt mitbringen, hat Pupsi geguckt, Adidas, wer kennt es nicht, Adidas aus Cheikh, aus Cheb, beste Qualität, in der 3XL, ist nicht für mich, ist viel zu klein, und dann haben wir geguckt, wie viel kostet ein T-Shirt, Pupsi, was für ein T-Shirt, 20, 40, 50, ein T-Shirt, 20 Euro, also 40 Euro für 2 T-Shirts, Pupsi hat gesagt, okay, nehme ich 20 Euro für beide, ne, und dann sind wir gegangen, die Verkäuferin gleich, okay, machen wir es so, also, was ist das, ich verstehe es nicht, wenn Leute sagen, hier in Deutschland so, 20 Euro für ein T-Shirt, die Leute, wow, und Pupsi so, nö, ich nehme 20 Euro für beide, kriegt sie mit, kein Problem, ein Cheb, alles möglich, deswegen packen wir die hier rein, packen wir euch noch oben mit drauf, packen wir hier noch mit bei, packen noch die Bäume wieder rein, packen die Pikachu mit rein, packen das noch mit rein, jetzt seht, ihr müsst nur falschen mit den Händlern, wenn die sagen, das kostet so viel, sagt ihr einfach, nö, ich bezahle nur so viel, und das reicht, da kommt ihr mit durch, denn das beste Beispiel habe ich hier noch, das möchte ich euch auch noch zeigen, habe ich hier entdeckt, diese neuen Laufschuhe, guckt euch die mal an, sehen die nicht heftig aus, die sind von Nick, wie man hier sieht, ne, kennt man hier diesen, diesen Hagen, Nick, Nike, Nickel, jeder kennt das, ist sogar die 46, für mich ist es immer schwer, Schuhe in meiner Größe zu finden, vor allem in der 46, normalerweise ziehe ich immer gar keine Schuhe an, weil ich keine Schuhe in meiner Größe finde, die billigsten Schuhe, hatte ich mal aus Ebay von Brüding, für 5 Euro gefunden, die waren aber auch rosa, haben lange gehalten, jetzt habe ich hier diese billig nachgemachten, urinfarbenen Schuhe von Nick, und da stand ein Karton daneben, da stand einfach drauf, 10 Euro, und hättet ihr diese Schuhe für 10 Euro gekauft, in der 46, wenn das eure Größe ist, jetzt sind wir zur Verkäuferin, ich, deppert wie ich bin, bin hin, wollte Schuhe kaufen, wollte die 60 Euro von mir, kam Pupsi schon wieder, wie so ein Papagei auf der Schulter, ne, wie so ein Teufelchen, eher gesagt, Engelchen und Teufelchen zugleich, geh die Verkäuferin gleich an, 10 Euro, Bruder, und die Verkäuferin, okay, 10 Euro, 10 Euro, Nick-Schuhe im Wert von 60 Euro, ich weiß nicht, wie das ist, entweder haben die feste Preise, oder die überlegen sich spontan immer irgendeinen Preis, den sie gerade mal wollen, und gucken, wie ihr drauf reagiert, passend dazu natürlich hier auch noch das Airwick Luftspray für die Schuhe, wenn die gut riechen sollen, sprüht euch mal die Füße ein, haltet ein Feuerzeug daneben, ihr seht, im Winter wird das auch schön warm, aber das ist natürlich immer noch nicht alles, denn, wir haben noch zwei Tüten hier, dann kann Pupsi endlich aus dem Bad wieder rauskauen, wir haben nämlich, das ist schwer, wir gucken uns das mal an, hier haben wir drin ein Duftkerze, wir haben hier drin zwei Duftkerze, wir haben hier drin, oh mein Gott, ein Feuerzeug mit Beeren, wer kennt es nicht, Beeren, die rauchen immer so viel, das gab es gratis, zusätzlich zu dem, die gab es beide gratis, wenn ihr nämlich immer in den Chap irgendwo hingeht und kauft Zigaretten, zwei Millionen Stangen, gibt es immer was dazu, oder es gibt mal ein Getränk dazu, oder mal ein Feuerzeug, hier hat Pupsi auf jeden Fall noch eine Kerze eingepackt, jetzt habe ich mir schon wieder auf die Zunge gebissen, hier hat noch eine Kerze eingepackt, und jetzt die diverse Minions, Getränke, jetzt die Coca-Cola Kirschvanille in einem, habt ihr sowas schon gesehen, unglaublich, das packen wir euch alles hier rein in den Beutel, hier gibt es nämlich auch noch das Superman Getränk, was kein Energy ist, steht auch drauf, Papa Schlumpf Getränk, richtig genial für den älteren Herren unter euch, hier haben wir noch mehr Hello Kitty, haben wir auch am Start, wir haben nochmal Minions, Banane, wir haben alles Banane, du Pflaume haben wir auch hier, wir haben hier noch Enten, die saßen aber schon hier, die haben wir nicht mehr dabei gehabt, auf jeden Fall tut man die Tüle noch weg, haben wir noch so eine Cola Kirschvanille Cola, mit Cola, und jetzt die große Wundertüle mit dem meisten Wert, aber natürlich hier, guckt euch das an, eine Stange, was ist das, eine Stange Palmal, raucht ihr, ich rauche nicht, ist auch nicht für mich, wenn ihr euch raucht, schämt euch, eine Stange Palmal, so, dann haben wir hier noch, keine Ahnung, eine, extra Rotpalmal, gab es, schickt gerade es dazu, so wie ich die kenne, ist bestimmt einfach nur rausgefallen, kommen wir hier Türmchen bauen, guck, wir bauen hier Türmchen einfach, zack, seht ihr das, Türmchen hier, Türmchen weg, so geht das auf jeden Fall, und es gibt auch Sorten, die habe ich im Leben noch nie gesehen, zum Beispiel, äh, Malbüro, ja, das meine ich nicht, das kennt ja jeder, wir haben hier noch eine Malbüro, also, wie immer, ihr wisst, sobald jemand nach Chat fährt, soll der immer für die ganze Belegschaft Zigaretten mitbringen, was ich aber lustig finde hier, Rotmanns, wer kennt das nicht, Rotmanns, die heftigste Marke an Zigaretten in Deutschland, Rotmanns, ja, ist mir doch egal, wie das heißt, ich rauche eh nicht, Rotmanns, das sieht auf jeden Fall sehr pervers aus, wir zeigen mal kurz ein Bild, iiih, so, raucht ihr, schreibt es mal in die Kommentare, das ist also die ganze Ausbeute, den Beutel hier mit den ganzen Zigaretten, den könnte man eigentlich nehmen, so wie er ist, und verschüren, da würde man der Welt auf jeden Fall einen besseren Gefallen tun, aber egal, das Gute ist, genau in dem Beutel sind auch die Kerzen drin gewesen, nein, die waren ja in einem Extrabeutel, aber wart ihr schon mal in Zschäb, ne, habt ihr schon mal in der Tschechei gegessen, habt ihr schon mal die Prostituierten besucht, Thai-Massage, alles am Start, zwei Stück haben wir gesehen auf jeden Fall, die waren älter als alt, also, lasst die bitte in Ruhe, die wollen auch nur friedlich am Straßenrand rumvegetieren, und gegessen haben wir auch was, aber das gehört nicht hierher, wir wollen jetzt hier Rambazamba-Werbung machen, ganz gemütlich, ihr habt auf jeden Fall gesehen, die Ausbeute aus Zschäb, und ich kann nicht mehr, es war ein stressiger Tag, jetzt muss ich das Zeug wieder alles einpacken, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die Tüten alle hin habe, äh, Rambazamba bei Rams ist der Dicke, richtig original, was fandet ihr am besten von der Ausbeute, was hat euch am meisten gefallen, was hättet ihr auch gerne, ist es so eine Duftkerze, ist es so ein hässliches Pikachu, ist es so ein süßes Pikachu, ist es so ein Minions-Drink, ist es die, äh, Cola, ist es die Schuhe, die Schuhe ist es, die Schuhe, denkt mal drüber nach, 10 Euro, wo habt ihr schon mal 10 Euro Nix-Schuhe bekommen, richtig brutal, dafür hat es sich doch gelohnt, weil ich nirgendwo Schuhe kriege, jetzt kann ich ja nicht wieder Schuhe anziehen, muss nicht mehr auf den Händen laufen, das war es von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, euer Rambazamba Ramses, Peace out, Vorhaut, äh, jo, Hab ich schon gesagt, Adi, Adi, Adi liegt auch dort schon bereit, der war fast auch mit dabei, ist aber nicht mitgekommen, gut, das war's auf jeden Fall von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin, bis dahin, bis dahin, bis dahin, vorhaut, am Ramses.